Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Donnerstag, den 14. Juni. Heute dabei Garmin Pay, N26 Metal, Microsoft Fluent Design System, Apple USB Restricted Mode und Music Halley. Beginnen tun wir mit Garmin Pay. Okay, gestern habe ich noch über Google Pay erzählt und den voraussichtlichen Start jetzt im Juni und auf einmal ist jetzt Garmin Pay da. Also noch lang vor Apple Pay, wo wir immer noch nichts wissen und anscheinend auch eindeutig vor Google Pay ist nun Garmin Pay am Start. Was ist Garmin Pay? Garmin Pay ist die Bezahlvariante, die der Smart-Uhren-Hersteller Garmin auf seinen Uhren anbietet. Auch wieder in Zusammenarbeit mit Mastercard kann man nun mit den Smartwatches Vivo Active 3 und Vivo Active 3 Music sowie den Laufuhren Forerunner 645 und 645 Music entsprechend mit seinem Handgelenk bezahlen. Also kontaktlos, sofern der Gegenpart das auch annimmt. Bankenunabhängig und kontaktlos. Das Ganze wird abgewickelt über Wim Pay und entsprechend Mastercard. Ja, es sollen wohl noch mehrere Modelle mit der Technologie von Garmin Pay ausgestattet werden. Ja, und damit beginnt auch das Kontaktdosezahlen auf den Smartwatches in Deutschland. Da hätte ich jetzt nicht mit gedacht, dass Garmin da als Erster am Start ist. Und wie gesagt, von Apple Pay ist ja noch lange nichts in Sicht, leider. Und bleiben wir gleich im Bereich bezahlen. Der, ja, wie sagt man, das Fintech-Startup besser gesagt, die Bank N26 hatte bereits im Dezember 2017 eine Karte oder einen Dienst angekündigt, der heißt N26 Metal. Der kostet, wenn ich mich nicht irre, 15 Dollar oder Euro im Monat. Und dementsprechend, das Ding heißt Metal und man bekam auch eine Mastercard aus Metall. Beziehungsweise dachten das alle. Und letztendlich war die auch im Kern aus Metall, aus dem Material tanksten. Aber dann mit einer Plastikschicht und das Mastercard-Logo war aufgeklebt. Das kam nicht gerade gut an bei vielen Kunden und unter anderem gab es sogar Probleme bei der Airport Security, weil dieses Metallmaterial so neu ist und entsprechend haben dann die Geräte ausgeschlagen und man musste einen extra Security-Check zum Beispiel machen. Ja, N26 hat sich den Kundenbeschwerden angenommen und gesehen, dass das wirklich ein Problem ist und wird jetzt eine neue Karte rausbringen. Sprich, die Kunden bekommen einen Ersatz und zwar eine richtige Metallkarte. Das Mastercard-Logo wird dann dementsprechend auch eingefräst sein und der Kundenname wird auf die Rückseite verschoben. Sieht dann, glaube ich, ganz geil aus. Ja, warten wir mal ab, wann die Karte draußen ist und ob es dann auch wieder neue Probleme gibt. Aber die meisten Kunden werden ab morgen die Karte bekommen, die entsprechend halt Metal gebucht haben und ansonsten gibt es natürlich wie üblich auch eine Warteliste. Was auch demnächst kommt, das ist ein neues Look & Feel für Microsoft Office. Ja, Microsoft hat das Fluent Design System angekündigt, was nichts anderes ist als eine Designausrichtung, ähnlich wie Google das mit Marshall Design gemacht hat, damit alles auch aus einem Guss ausschaut. Und Microsoft wird das aber Schritt für Schritt machen, denn gerade in Office sind ja viele Leute auch einfach daran gewöhnt, wie es ausschaut, wie es funktioniert, haben auch ihre Workflows. Und gerade der Ribbon, also die 2007 eingeführte Leiste mit den Funktionalitäten, die sich teilweise auch darauf ausrichtet, was ihr gerade machen wollt in Office und dementsprechend anpasst, die wird erstmal vorsichtig verändert. Die wird dann eine lange Linie von Icons sein und nicht mehr in mehreren Reihen, wie es ja unter anderem auch in Word, Excel, PowerPoint ist. Und ja, wie gesagt, peu a peu wird Microsoft das umsetzen. Erstmal wird auch beispielsweise diese Umsetzung in der Online-Version von Office geschehen und dann schaut man sich wahrscheinlich auch das Feedback der Nutzer an, aber hat ganz klar vor, das dann auch durch die Bank durchzuziehen. Und ich bin gespannt, es wird mit Outlook starten auch und zwar im August. Schauen wir uns das mal an, was daraus wird. Ganz anderes Thema. Apple, die machen jetzt auch was Neues und zwar die werden in einer der nächsten iOS-Versionen, wahrscheinlich in iOS 12, den USB-Restricted Mode einführen. Das ist ein Modus, der den USB-Port, sprich den Lightning-Port, entsprechend verschlüsselt oder abschaltet, besser gesagt. Nach einer Stunde nicht benutzen, kann man darüber nur noch laden und nicht mehr weiter auf das Telefon zugreifen. Und das ist interessant, weil genau diese Funktionalität, über USB in das Telefon reinzugehen, wurde von Hackern benutzt. Entsprechend auch von Hackern der US-Staatsbehörde oder von den verschiedenen Staatsbehörden, die an ein iPhone ran wollten. Und Apple hat ja gesagt, sie machen das Ding nicht auch von sich aus, beziehungsweise können es auch nicht. Und das machen sie jetzt noch schärfer und dann kann das FBI, die DEA oder wer auch immer eben nicht mehr so einfach ran. Denn es gab mittlerweile sogar Geräte, zum Beispiel Gray-K, die man da angeschlossen hat und die dann zwischen ein paar Stunden und ein paar Tage brauchten, um den Code von einem iPhone rauszufinden, weil halt über die USB-Möglichkeit einfach viel schneller eine Variante ausprobiert werden kann, als über den Touchscreen. Tja, und so ein Gerät kostet zwischen 15.000 und 30.000 US-Dollar und die sind dann jetzt wahrscheinlich obsolet. Ja, also warten wir es ab, wann es eingeführt wird. Wie gesagt, man vermutet mit iOS 12. Letztes Thema für heute, Musical.ly. Die App, beziehungsweise das soziale Netzwerk, kennt vielleicht ein paar von euch. Das ist, wo man beispielsweise unter anderem, man kann ganz viel machen, aber beispielsweise unter anderem, Lieder nachsingt, also Lip-Syncing macht und diese dann veröffentlicht. Und da sind, glaube ich, auch zwei deutsche Zwillinge, wo ich den Namen jetzt nicht scharf habe, irgendwie sogar die größten in der Welt. Und Musical.ly. wurde letztes Jahr auch von einem chinesischen Hersteller gekauft und die konsolidieren jetzt ihre Apps. Die haben nämlich auch noch die Livestreaming-App Lively, was nichts anderes ist, so ähnlich wie Twitter Periscope hat zum Livestream, wo ich auch nicht verstanden habe, warum die immer noch als separate App da sind. Aber Musical.ly, die haben dann gesagt, das macht alles keinen Sinn, wir müssen das konsolidieren und dementsprechend wird Lively jetzt abgeschaltet und in Musical.ly integriert. Also Musical.ly Nutzer brauchen dann keine extra mehr App zum Livestreamen und können das direkt machen. Wie üblich bei so etwas passiert das nacheinander. Nicht alle bekommen gleichzeitig die Funktion freigeschaltet, aber in den nächsten Tagen, falls ihr es nutzt, vielleicht habt ihr es dann auch schon. Ansonsten einfach ein bisschen warten. Das Ganze ist auch interessant, weil es mittlerweile auch bald einen Facebook-Klon gibt. Und zwar Lip-Sync Live von Facebook macht genau das, was ich gerade gesagt habe. Wie bei Musical.ly kann man Lieder nachsingen, Lip-Syncing machen. Und da hat sich Musical.ly jetzt wohl einfach gedacht, wir werden vielleicht ein bisschen stringenter einfach mit unserer App. Musical.ly selber hat 200 Millionen registrierte Nutzer. 60 Millionen davon sind monatlich aktiv. Das sind also auch gute Zahlen. Und Lively, was jetzt abgeschaltet wurde, wurde bereits 26 Millionen mal runtergeladen. Und davon 87 Prozent auf iOS. Also auch eine ganz klare Ausrichtung. Da wissen die Musical.ly-Macher auch, wo sie ihre Entwicklungsressourcen wohl reinstecken sollten. Und das war es auch für heute. Ich wünsche euch einen guten Start in den Donnerstag. Heute ist auch WM-Beginn, falls es euch interessiert. Und wenn nicht, dann hören wir uns morgen wieder. Aber auch wenn es euch die WM interessiert, hören wir uns auch morgen wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.